Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einer neuen Inspirationskarte für die aktuelle The Paper Shelter Challenge. Ihr wisst ja, ich bin im Design Team und ich bastle jede zweite Woche eine Inspirationskarte für The Paper Shelter. Hier haben wir eins der wunderschönen Ausmalmotive, das heißt eins der Ausmalbücher zum Thema Katzen. Ich habe es bereits ausgedruckt auf 35 Prozent verkleinert und das ganze auch schon mit der Action Stanze in Briefmarkenform zurechtgeschnitten plus drei weitere Schichten aus dem selben Papier. Ich drucke übrigens mit Laserdrucker auf 160 Gramm Papier und hier habe ich angefangen zu schichten, habe mich ein bisschen verklebt, was aber dem ganzen nicht schadet. Man kann es trotzdem noch abziehen, bisschen andrücken. Wie ihr seht benutze ich auch wieder meine Lieblingskombination aus doppelseitigem Klebeband und dem flüssigen Takey Glue von Action und diesen habe ich in dieser kleinen Flasche umgefüllt, weil es einfach viel leichter zu dosieren ist als mit der großen Flasche. Da kommt immer viel zu viel raus und damit kann ich persönlich nicht so gut arbeiten. Das ganze wird halt aufeinander geschichtet, das heißt die drei Lagen Papier klebe ich schon mal vorab zusammen und als letztes kommt dann die bedruckte Version, das heißt die letzte Schicht. Ich habe mich diesmal für eine quadratische Grundform entschieden, weil ich eins meiner bereits fertigen Hintergründe benutzen wollte und ich fand jetzt, dass das Motiv auf einer quadratischen Karte gut zurecht, also gut passt. Es hätte auch eine DINLAN Karte werden können. Ich wollte halt wie gesagt diesmal was quadratisches. Hier habe ich vier bereits vorgefertigte. Ich meine, ich habe sogar ein Video davon auf meinem Kanal, wie ich denn aus meinen Papierresten dann solche Hintergründe zusammensetze. Und ja, ich habe dir dann auf Vorrat und wenn ich mal sage ich mal eine schnelle Karte oder für meine Verhältnisse relativ schnelle Karte brauche, greife ich halt auch gerne zu diesen fertigen Hintergründen. Ich ziehe die Nähfäden nach hinten, das heißt auch das ist bei mir so Standard. Ohne Nähmaschine funktioniert es bei mir meistens gar nicht, also ist sehr selten, dass eine Karte ohne genähte Hintergründe auskommt oder Aufleger. Und da ich das Ganze relativ flach haben möchte, klebe ich das mit dieser Firm auf der Rückseite fest und schneide mal dann sozusagen den Faden, der überbleibt, einfach weg, damit das halt hinterher keine, ja kein Störfaktor ist beim Aufkleben. Ich hatte mein Bild in der Zwischenzeit mit Gewichten platt gedrückt, habe mich dann entschieden, dass ich das Ganze noch mit einer Schicht Wellpappe unterlege, damit mein Motiv nicht so, ich sag mal, verloren geht. Hab mir halt einen Stempel, einen Gummistempel von Stempelgläde, das ist eine relativ, ich sag mal, alte oder alter Hersteller, die gibt es leider so nicht mehr, aber ihr wisst ja, ich bin kein Fan von immer aktuell und neu, neu, neu. Bei mir gibt es halt auch alte Stempel, ich sag mal, so benutzt das, was ihr habt. Ihr müsst nicht immer das Allerneueste besitzen und kaufen. Ihr habt bestimmt irgendwas Ähnliches, irgendeinen Spruch, der euch halt gefällt. Hier habe ich mich entschieden, das Ganze zu embossen, das heißt, ich habe das vorher vorbereitet, mit einem Wörsamark Stempelkissen gestempelt, mit weißem Embossingpulver das Ganze bedeckt und jetzt föhne ich das Ganze von hinten. Ich persönlich finde es besser, zumindest für mich, wenn ich das von der Rückseite erhitze. Da habe ich mehr Kontrolle und mir verbrennt das Pulver nicht so schnell. Und wie ihr gerade gesehen habt, wenn es anfängt zu schmelzen, verändert sich die Farbe. Daran könnt ihr es eigentlich ganz gut erkennen. Wie immer, das Ganze, was überbleibt, aufbewahren. Also ihr kommt mit so einem Böttich Embossingpulver wirklich sehr, sehr lange aus. Das ist übrigens eine After-Aid-Verpackung von, keine Ahnung welchem Jahrhundert, Nein, aber ich habe halt einiges an Resten, was ich nicht entsorgen möchte. Und ja, die Rückseite ist ein schönes Braun und dafür, also für solche Sachen eignet sich das ganz gut. Mit einem Büttenstands, Büttenrandstanze in Rechteck, habe ich das Ganze jetzt zugeschnitten. Mir war das dann zu lang, deswegen habe ich jetzt noch das Ende gekürzt. Ja, das ist immer so, dass meine Vorgehensweise, erster Hintergrund, Motiv und Spruch, wenn ich die drei Elemente habe, dann kann ich sozusagen anfangen, drumherum zu gestalten. Ich habe ja so ziemlich alles in Kisten aufbewahrt. Das habe ich gerade auch kurz ins Video gehalten. Ich habe eine Kiste mit Transparentpapier, ich habe eine Kiste mit gemischten Resten in Form von Wellpappe. Ich habe alte Buchseiten, wie zum Beispiel das hier. Ich reiße mir dann wirklich nur so ein kleines Element davon ab und klebe das hinter das Motiv, damit ich dann, ja, ich sage mal, so wenig wie möglich verschnitt habe. Ihr könnt ja nur einen Teil davon erkennen und ihr braucht halt etwas zum Festhalten. In dem Fall nehme ich Tesafilm, das lässt sich halt super damit verbinden. Ich klebe alles auf der Rückseite fest und gucke vorne, wie viel ich dann von dem Ganzen sehen möchte und klebe das halt an der Stelle dann fest. Ich experimentiere und probiere auch rum. Es ist nicht immer so, dass ich einmal ansetze und direkt festklebe. Ich probiere mich da halt auch gerne aus. Hier nehme ich Pappe, die schneide ich mir zurecht, um das Ganze zu erhöhen, damit das Motiv ein bisschen von der Wellpappe absteht und auch ein bisschen Dimensionen hat. Wie immer doppelseitiges Klebeband und Flüssigkleber, das kennt ihr schon von mir. Das Ganze ein bisschen andrücken und die Rückseite natürlich auch mit Kleber versehen. Und dann auf die Wellpappe aufkleben. Die Wellpappe hatte ich übrigens auch vorher gestanzt. Das heißt, ich habe auch mit einer Stanze mit Büttenrand das Ganze ausgeschnitten, das etwas größer ist als mein Hauptmotiv. Und das Ganze klebt halt jetzt unter dem Ganzen. Aus Nähgarn habe ich mir drei Schlaufen gemacht. Diese werden halt als weiteres Element unter meinem Motiv und unter der Wellpappe beziehungsweise so ein bisschen dazwischen aufgesetzt. Ich habe das erstmal mit dieser Film festgeklebt und dann geguckt, ob das mir auch wirklich so gefällt. Habe ich dann entschieden, das Ganze doch noch etwas abzuändern, weil das unten zum Beispiel zu sehr rausguckte und meine Karte dann auch ein bisschen über die Karte rübersteht. Habe ich dann entschieden, das Ganze in einem Dreieck anzuordnen, weil das einfach fürs Auge viel schöner ist. Und wenn ich zufrieden bin, wie in dem Fall, wird das Ganze dann auch auf dem Hintergrund aufgeklebt. Mir ist aufgefallen, dass das irgendwie so ein bisschen verloren geht. Also habe ich mich entschieden, aus einem Stück Transparentpapier mir dann eine Art Bordüre zurechtzureißen. Habe dann auch kein großes Stück genommen, sondern zwei kleine. Da sieht man hinterher nicht, weil ihr klebt ja dann auch das Motiv drüber. Auch hier klebe ich tatsächlich auch auf der Vorderseite mit Tesafilm, weil man das einfach hinterher nicht sieht. Und Tesafilm klebt gut und weicht halt auch das Transparentpapier nicht auf. Bei Flüssigkleber müsst ihr da schon ein bisschen aufpassen. Doppelseitiges Klebern würde natürlich auch funktionieren. Ich habe mir wieder so ein Stück Häkelgarn, beziehungsweise das ist Garn von Stamping Up, was ich in einem Kit drin hatte, habe ich einfach um die Karte gewickelt und auf der Rückseite dann die Endstücke festgeklebt. Jetzt bin ich zufrieden und da kommt halt jetzt wirklich die fertige Collage obendrauf mit Flüssigkleber und wie immer Beschweren. Für das Motiv habe ich mich entschieden, das Ganze zumindest auf der linken Seite höher zu setzen. Ich habe zwei Schichten Pappe, die ich mit Flüssigkleber übereinandersetze, um dann die Höhe von dem Motiv auszugleichen, beziehungsweise von der Wellpappe. Das heißt, ich kann jetzt auf der Pappe und auf dem Stück Wellpappe das Ganze festkleben. Ich richte mir das Ganze aus, so wie ich das gerne möchte. Durch den, ich sag mal, nicht gerade Kanten oder durch die Büttenrandumrandung ist es auch relativ schwierig, sag ich mal, das Ganze gerade auszurichten, aber irgendwie mit Augenmaß hat das ganz gut funktioniert. Ich habe mir hier ein paar meiner Stanz-Elemente, beziehungsweise hier sind es Häkelkreise, rausgesucht. Hier seht ihr meine ganzen, ich sag mal, Blätter. Ich habe mich entschieden, wieder die Action-Stempel, also die Holzstempel vom letzten Jahr, die ich mir auch schon vorab gestempelt und ausgeschnitten habe, zu verwenden. Ich habe welche in Grau, ich habe welche in Braun gehabt und das Ganze halt auf Aquarellpapier gestempelt und ausgeschnitten. Meine gehäkelten Kreise haben, ja, nach dem Knoten quasi noch die Fäden dran gehabt, die habe ich jetzt weggeschnitten. Probiere mich so ein bisschen aus, wie gefällt mir das Ganze. Am Ende wären es tatsächlich nur zwei. Ich habe welche mit weißem Häkelgarn gehabt und welche in Grau. Und Grau hat mir am Ende nicht so wirklich gefallen und habe mich dann für weiß entschieden. Ich klebe das Ganze wieder mit Flüssigkleber auf, drücke das Ganze fest und dann kann ich mit den Ranken bzw. Blattelementen so ein bisschen spielen und gucken, wie ich das Ganze anordne. Ihr könnt das auch, wie jetzt gerade, auch zerteilen, zerschneiden. Manche sind ja auch so angelegt, dass man nicht in jedem Projekt das Ganze verwenden kann. Also ihr könnt das wirklich unterteilen oder wenn es zu lang ist, ein Stück wegschneiden, damit dann halt das Ganze nicht über die Karte rausragt und sowas. Und wenn ihr mit dem Ganzen zufrieden seid, so wie ich jetzt, wird das Ganze dann festgeklebt. Auch hier benutze ich Flüssigkleber, weil ihr braucht ja wirklich nur kleine Tröpfchen, da braucht man nicht mal viel. Und das Aquarellpapier ist relativ stabil. Da braucht ihr halt auch nicht, euch Sorgen zu machen, dass das kaputt geht. Manchmal entscheidet man sich auch so ein bisschen dabei um und ändert die vorherige Aufteilung. Vor allem, wenn man das so rauszieht und dann versucht, das Ganze wieder an die richtige Stelle zu platzieren, ist das nicht immer eins zu eins. Aber ungefähre Richtlinie ist schon mal ganz gut oder die Anzahl der Elemente, die ihr verwenden wollt. Ich habe mich dann entschieden, oben rechts in die Ecke auch noch so ein bisschen was zu kleben. Wie gesagt, auch wieder so ein bisschen diese Dreieckaufteilung. Oben rechts ist was, links ist was und unten rechts ist was. Es ist einfach optisch fürs Auge wirklich angenehm. Und ja, ich verwende das eigentlich schon sehr oft. Nachdem ich mit dem ganzen Aufteilen, Dekorieren oder wie auch immer zufrieden war, habe ich mir ein Stück Pappe, das ist sogar etwas stabilere Pappe mit 2 mm, kleiner als meinen Kartenaufleger zurechtgeschnitten auf, ich glaube, 14 cm Breite und klebe das großzügig mit doppelseitigem Klebeband am Rand entlang. Dann natürlich wie immer Flüssigkleber obendrauf und daneben und kann das Ganze dann später auf meinen Kartenrohling aufsetzen. Beziehungsweise ich habe mich entschieden, noch ein bisschen meine Kanten zu distressen, wie man so schön sagt, etwas mit dem Nagel quasi umzuknicken. Dafür gibt es natürlich auch Werkzeug. Nur dadurch, dass ich das Ganze schon, sage ich mal, zum Schluss entschieden habe, habe ich mir gedacht, ja gut, mein Nagel funktioniert hier auch ganz gut und habe dann einfach an der Kante entlang erst die Papierstreifen sozusagen und dann später die Mattung einfach... Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber auf Englisch würde es auf jeden Fall distressed also heißen. Auch das Ganze wieder mit Kleber versehen und gucken, dass ihr die Karte richtig rumhaltet, dass ihr dann beim Aufkleben die Karte vernünftig öffnet und nicht aus Versehen falsch rumklebt. Auch das ist mir schon mal passiert, deswegen gucke ich immer doppelt und dreifach, dass das halt wirklich richtig aufgeht. Und ich klebe auch gerne meine Karten so oft, dass ich die dann hinstellen kann. Da muss natürlich der Kopf auch hin mit dem Bild. So, das Ganze andrücken. Durch das Anrauen der Kanten ist das auch dann halt auch ein bisschen, ich sage mal, nicht so tragisch, wenn ihr dann Millimeterverschnitt habt oder links und rechts nicht ganz über einen passt. Ich habe meine Schmucksteine rausgeholt, vor allem die transparenten bzw. die weißen. Habe mich dann noch entschieden, ein paar Pailletten dazu zu nehmen. Dafür verwende ich meine dreieckigen Behälter, da kann ich dann halt das Ganze ein bisschen ausschütten und habe dann keine Riesensauerei auf meinem Schreibtisch. Gucke, wo ich meine Elemente platzieren möchte. Versuche auch hier wieder im Dreieck zu bleiben. Fange mit den größeren Pailletten an und mit der Pinzette kann ich sie ein bisschen hin und her schieben. Das Ergreifen dieser Pailletten ist das Schwierigste dabei. Ich habe mich dann für ganz einfache, klare Schmucksteine entschieden. Ich habe die in verschiedenen Größen. Ich glaube, die größeren sind von Action. Die kleineren übrigens auch. Die waren halt als Banderole bzw. als Band an einem Stück. Ich habe mir davon einen kleinen Streifen abgeschnitten. Damit ich halt nicht alles auf dem Schreibtisch habe, versuche ich meine Elemente, die ich halt in Übermaß habe, immer so ein bisschen kontrolliert zu halten. Der Rest ist halt in der Schublade mit Überschuss, sage ich mal. Das sind, glaube ich, so 3 mm Schmucksteine. Wie gesagt, ich fange mit den größten an und werde dann halt zunehmend kleiner. Meine ganz kleinen Pailletten, die sind so ein, ich sage mal, Goldton, aber auch halt passend zu den größeren Pailletten, dass ich halt nicht zu viel verschiedene Farben habe. Habe mir das Ganze angeguckt, mich dann doch entschieden für die ganz, ganz kleinen 2 mm Schmucksteine, um das Ganze irgendwie noch, ich sage mal, rund zu machen. In der Regel gilt einfach, eine ungerade Zahl ist angenehmer fürs Auge und manchmal übertreibe ich es auch ein bisschen mit den Schmucksteinen, aber wenn es halt so wie jetzt hier im Dreieck aufgeteilt ist, geht es eigentlich. Damit sind wir mit der Karte grundsätzlich schon fertig. Das Einzige, was fehlt, ist die Koloration. Und ich weiß, dass es vielen schwerfällt, so wie ich zu arbeiten. Das müsst ihr auch absolut nicht. Ihr könnt natürlich auch erst das Motiv ausmalen, kolorieren, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und dann, wenn ihr mit dem Endergebnis des Motivs fertig seid und euch das Ganze gefällt, eure Karte drumherum gestalten. Es ist manchmal einfach nur schwierig, wenn man mit Designpapieren arbeitet oder der Hintergrund halt farblich komplett von dem Motiv abweicht, das Ganze aufeinander abzustimmen. Und für mich ist das halt wesentlich einfacher, alles fertig zu haben. Und ich habe auch schon gewisses Grundvertrauen an mich selbst, dass ich weiß, dass das am Ende irgendwie trotzdem hinhaut. Und wenn doch was schief geht, finde ich in der Regel auch eine Lösung dafür. Und ja, deswegen mache ich das auf die Art und Weise. Habe halt wie immer mit dem Hintergrund angefangen. Habe die Katze so ein bisschen mit Braun umrandet. Habe ihr grüne Augen verpasst. Mit dem Rosa habe ich die Nase und auch das Innere der Öhrchen eingefärbt, aber auch da relativ minimalistisch. Ich habe mich entschieden, für die Blumen die Farbe Gelb zu verwenden, auch wenn Gelb eine Farbe ist, die ich eigentlich persönlich absolut nicht mag. Hier wäre einfach eine andere Farbe zu viel gewesen. Wir haben ein bisschen Grün durch die Augen. Wir haben sehr viel neutrale Farben in Weiß, Creme, Braun und Grau. Und da ist halt rot zu knallig. Blau passt irgendwie so überhaupt nicht in die Farbfamilie. Und da war für mich einfach die Entscheidung, Gelb dazu zu nehmen. Grün auch für die Blätter, für das Grünzeug um die Blumen herum. Ja, das ist halt so. Wir können da nicht aus grünen Blättern auf einmal blauen machen. Das würde einfach unrealistisch sein, sage ich mal. Also das Motiv ist sehr, ich sag mal, sehr filigran. Es ist fast wie ein Fotom eigentlich. Ihr habt ja sozusagen das Ganze so in Graustufen und könnt jetzt nur noch mit Farbe das Ganze hervorheben. Also ich meine, auch in Grau-Weiß vorhin sah das super aus. Man könnte es auch so belassen. Man hätte es wahrscheinlich auch in Sepiatönen ausdrucken können, falls man das zur Verfügung hat. Ich kann tatsächlich nur Schwarz-Weiß drucken und kann halt, wie jetzt hier mit Aquarellfarbe bzw. Aquarellstiften, ich nehme ja mit der Wassertankpinsel von der Spitze die Farbe auf und übertrage das dann auf mein Motiv. Das Ganze kann man natürlich auch mit anderen Elementen oder Farbmitteln machen. Man könnte das Ganze auch natürlich mit Alkoholmarkern kolorieren, wobei ich das in dem Fall zu comichaft fände und nicht so passend. Da ist Aquarell tatsächlich sehr zart und irgendwie auch passender. Und für mich ist das sowieso mein Kolorationsmittel Nummer eins. Die Frage ist halt, gehe ich in die Distressfarben rein und koloriere damit? Oder wie in dem Fall bei digitalen Motiven meistens tatsächlich eher Aquarellstifte? Und ich gehe nicht mehr so wie früher mit dem Stift aufs Motiv, weil das doch, ich sag mal, der Stift kratzt das Papier an und ich habe da eine Struktur drin, die ich gar nicht haben möchte. Also habe ich mich über die Jahre dazu entschieden, einfach tatsächlich die Farbe mit der Pinselspitze vom Stift selber aufzunehmen. Da kann ich das halt auch besser dosieren und wenn dann zu wenig ist, kann ich immer noch eine Schicht obendrauf setzen und das Ganze verstärken, als irgendwas wegzunehmen. Das ist wirklich sehr viel schwerer. Ich habe angefangen, die Katze mit Graustufen ein bisschen, ich sag mal, plastischer zu gestalten. Da, wo ich die dunkleren Bereiche habe, habe ich das Ganze ein bisschen eingefärbt. Ich habe mich dann noch ein bisschen mit Braun eingearbeitet. Ich meine, so ein Fell ist halt, ich sag mal, schwierig anzumalen. Aber wenn ihr die bereits vorgegebenen Linien so folgt, funktioniert das eigentlich ganz gut. Und wenn ich mit dem Grundanstrich, sag ich mal, zufrieden bin, dann kommen dann die feinen Details. Das heißt, wir machen noch ein bisschen stärkere Kontraste. Wir machen oder wir gehen stärker mit einer Farbe rein, um den, ich sag mal, Schatten anzudeuten. Ich gehe auch gerne in meine grünen Bereiche mit Braun rein, weil das einfach realistischer wirkt und dem Ganzen auch so ein bisschen mehr Plastizität gibt. Bei den Augen habe ich jetzt auch zwei verschiedene Grüntöne benutzt. Einmal ein ganz helles Grasgrün und dann ein, ich sag mal, ein Blaugrün, was ich auch für die Blätter verwendet habe. Also das hat einen stärkeren Blauanteil. Für die Blumen habe ich halt überwiegend mit Gelb gearbeitet. Die Blumeninneren habe ich mit Braun und genauso auch die Schattierung habe ich in Braun gesetzt. Hier gehe ich mit einem dunkleren Braunton rein, um das Ganze noch ein bisschen, ich sag mal, Tiefe zu verleihen. Und es gibt halt einfach das Besondere. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist, ja, jahrelange Übung. Hier habe ich mich tatsächlich nur mit dem Wassertankpinsel ausgetobt. Das Motiv war relativ groß genug und auch die Flächen waren jetzt nicht so klein, dass ich meinen ganz feinen Pinsel rausholen musste. Und ich habe halt wirklich die Katze überwiegend weiß gelassen. Das heißt, ich habe wirklich nur so ein bisschen Schatten und die, ich sag mal, Fellmaserung so ein bisschen angedeutet. Das Ganze mit Grau und Braun rausgeholt. Ist also am Ende mehr oder weniger eine Glückskatze, beziehungsweise eine dreifarbige Katze. Auch wenn man das jetzt so vielleicht nicht erkennt, auch bei den Bildern ist das relativ, ich sag mal, zart. Mit den Pinselstrichen mache ich noch etwas Struktur rein. Da, wo mir die Farbe halt noch nicht stark genug ist, versuche ich das Ganze noch ein bisschen zu verstärken. So, da sind wir auch soweit mit der Koloration fertig. Ich habe mich entschieden, noch die Augen und das Näschen mit Glossy Essence zu überziehen. Mein Stand jetzt eine Weile rum, deswegen musste ich mit einem, mit einer Nadel das Ganze gerade freistechen. Ja, und das war's. Wir haben die Karte geschafft und fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde sagen, bis bald. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.